So, wir sind jetzt wieder in Erzingen, wo um 6.54 Uhr die RW 535 nach Baden eintreffen gehört. Das heißt, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. So, wir fährt zurück. Mal gucken, was das auf der anderen Seite geht. Ich glaube, auf dem Bauhausgebäude selber waren wir noch nie. Wir sind jetzt am Empfangsgebäude und das Ganze ist anscheinend... Ja, das wissen wir nicht auf jeden Fall. Das hier ist ein Check-in-Hotel. Der Geri-Café. Und so ist es anders. Gibt es hier. Und hier drin im Automaten sind Butterknicker, Honig, Nudeln, verschiedene Sausen, Schokolade, Eier. Ein typischer warmen Automat. Und hier gibt es hauptsächlich Wurst und Käse. Also wie vor ein paar die Funke. Aber das wusste ich nicht. Es ist nicht so wichtig. Doch. In Ordnung ist ein Hotel. Es ist ein Schuss. Das weiß ich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020